Falls du da draußen einen Hochschulabschluss besitzen solltest, dann herzlichen Glückwunsch, denn dann habe ich die perfekte Online-Geldverdienende Möglichkeit für dich gefunden. Das Einzige, was du brauchst, sind Skills im Korrekturlesen. Diese Texte sind meistens auf Englisch, aber keine Sorge, ich werde dir noch zeigen, wie du diese Arbeit andere Leute erledigen lassen kannst. Es geht hier nämlich heute um die Seite Scribendi, die ich euch natürlich mal unten in die Beschreibung verlinken werde. Und auf dieser Seite können wir, wie schon vorhin erwähnt, hier gewisse Texte Korrekturlesen und werden dafür auch tatsächlich sehr gut bezahlt. Das Gute an der Seite ist, ihr seid völlig flexibel, das bedeutet, ihr könnt euch die Arbeit einteilen, ganz wie ihr möchtet. Korrekturlesen bedeutet im Endeffekt, dass ihr einen gewissen Text bekommt, der auch schon fertig geschrieben wurde. Und diesen Text müsst ihr dann nach Rechtschreibfehlern korrigieren und auch eventuell gewisse Grammatikfehler korrigieren. Dafür gibt es dann viele verschiedene Bereiche. Ich würde euch empfehlen, bitte geht nicht in den medizinischen oder rechtlichen Bereich, denn da könnt ihr natürlich auch dafür dann eventuell belangt werden, wenn ihr dort einen Fehler in den Text mit einbringt. Deswegen mein Tipp, wählt wirklich entweder nur Bereiche, in denen ihr euch auskennt, oder zum zweiten Bereiche, in denen kein Risiko besteht, dass dadurch jemand rechtlich belangt werden könnte oder zum anderen einen gesundheitlichen Schaden davonträgt. Hier gibt es jetzt viele verschiedene Bereiche, wo solche Texte eingereicht werden. Zum Beispiel gibt es den Bereich Business. Da fällt dann unter anderem auch so etwas wie zum Beispiel eine Bewerbung darunter. Es gibt ja auch noch Bereiche wie Autoren. Das bedeutet, ihr bekommt da ein fertiges Buch und das Buch müsst ihr noch einmal Korrekturlesen. Und sobald ihr das getan habt, werdet ihr natürlich von der Plattform bezahlt. Nun aber, wie kann man sich hier bewerben? Das ist ein kleines bisschen auf der Seite versteckt. Ihr scrollt hier einmal ganz weit nach unten und da habt ihr links auf der Seite den Punkt Carriers. Und wenn wir dort einmal draufklicken, dann finden wir jetzt hier einen ganz langen Text. Könnt ihr euch sehr gerne einmal durchlesen. Da steht dann drinnen, was ihr genau für Texte bekommt. Im Endeffekt ist für uns der untere Teil hier wichtig. Wenn wir hier nämlich ein bisschen weiter runter scrollen, dann werden wir hier auch gleich feststellen, was denn genau hier von den Freelancern gefordert wird. Also wie am Anfang schon erwähnt, müsst ihr natürlich mindestens eine Hochschulreife haben. Und zum anderen hier unten diese Standards beachten. Also in einem gewissen Feld solltet ihr eine gewisse Bildung mitbringen und so weiter und so fort. Lest euch das sehr gerne einmal in Ruhe durch. Und wenn ihr euch dann soweit bewerben möchtet, klickt ihr hier auf Apply Now. Da müsst ihr hier ein paar Daten von euch eintragen. Hier unten noch ein paar Fragen beantworten. Sollte aber auch alles soweit klar sein. Das sind so gewisse Ja-Nein-Fragen. Wenn ihr gewisse Dinge nicht umsetzen könnt, dann seid ihr auch wirklich ehrlich und wählt hier Nein aus. Aber ich sag mal so, das Internet ist groß. Man kann sehr viele Sachen selber sich beibringen. Gewisse Bücher kaufen. Sich gewisse Artikel auf Webseiten durchlesen. Online-Kurse kaufen. Auf YouTube kostenlosen Content schauen. Und da kann man natürlich auch diese ganzen Dinge lernen. Was ihr natürlich auch mitbringen müsst, sollte aber soweit klar sein und jeder von euch sollte das können, dass ihr am PC gewisse Daten hochladen könnt, runterladen und solche Texte natürlich editieren. Dafür verwende ich zum Beispiel die kostenlose Software WPS. Und da könnt ihr dann als Writer gewisse Texte hier korrigieren und das Ganze dann im Endeffekt entweder als PDF oder als Wortdatei exportieren und dem Kunden schicken. Es besteht aber natürlich auch die Möglichkeit, das Ganze hier zu outsourcen, damit man diese Aufträge nicht unbedingt selber erledigen muss. Und das funktioniert hier mit der Seite onlinejobs.ph. Hier könnt ihr euch völlig kostenlos oben rechts registrieren und dann hier einen Job posten. Darauf werden sich dann viele Leute aus den Philippinen bei euch bewerben. Und diese Leute können dann für sehr günstiges Geld eure Texte Korrektur lesen. Ihr müsst bedenken, dass die Leute in den Philippinen wirklich gerade mal circa 280 Dollar im Monat verdienen. Also kann man wirklich sagen, dass man hier eine Person finden kann, die für 300 Dollar im Monat Vollzeit für einen solche Texte übersetzt. Das Ganze kostet aber leider etwas. Also ihr könnt das wirklich so machen. So habe ich das auch immer gemacht, dass ich einmalig 69 Dollar pro Monat bezahlt. Danach könnt ihr das Abo wieder kündigen, habt hier bis zu drei Jobposts pro Monat frei. Und das Beste daran ist, im Gegensatz zu anderen Plattformen, wie zum Beispiel Upwork oder Fiverr, wo man kostenlos Freelancer finden kann, dass ihr euch halt hier wirklich die Gebühren spart. Und das ist halt ein sehr großer Vorteil, denn sonst müsst ihr jedes einzelne Mal, wenn ihr euch so einen Freelancer sucht, immer wieder zwischen 5 und 10 Prozent Gebühren an die Plattform bezahlen. Hier habt ihr den großen Vorteil, ihr könnt von der Plattform aus, was auch erlaubt ist, die Leute von dieser Plattform runterholen und damit spart ihr euch auch wirklich die Gebühren. Rechts auf der Seite findest du nun noch eine weitere Online-Geldverdienen-Möglichkeit.